Salli und Grüezi miteinander! Leute, ja, das Licht ist echt nicht optimal, aber ich habe einfach nicht, ich habe keine Chance. Es ist wie es ist, mein Stativ, wo ich die Kamera sonst reifstelle, hat sich verabschiedet. Schatzi, muss es reparieren, ich kriege es nicht hin. Nicht, weil ich so unbegabt bin, aber ich habe keine Geduld für solche Fussel-Arbeit. Trotzdem möchte ich aber euch zeigen, was angekommen ist, nicht wahr? Und zwar ist die Biobox angekommen, liebe Leute. Und zwar, und zwar musste ich es leider wieder mal scannen. Ja, finde ich immer schade. Ja, was soll's, ne? Also, die Biobox, die natürliche Schönheit. Das Erste, was ich euch zeigen kann, ist von Le Maison des Sultans. Ja, zeigen ist gut, ne? Dunkel auf dunkel. Muss ich nicht mich fokussieren? Ja, sorry Leute, echt, das tut mir leid. Naja, ein Isis-Öl nennt sich das. Kostet 29,90 Franken. Entdecken Sie das Isis-Öl von Le Maison des Sultans. Eine perfekte Lösung für die Pflege Ihres Gesichts, Körper und Haare. Dieses 3-in-1-Öl wurde speziell mit einer Mischung aus Bio-Sesamöl, Traubenkernöl und Arganöl formuliert. Pflanzenöle, die für ihre nährende Eigenschaften bekannt sind, sind äusserst wirksam, um das Haar zu nähren. Sie dringen tief in die Haut ein und versorgen sie intensiv mit Nährstoffen. Die gleichen Vorteile gelten auch für die Haut, wo dieses nährende Öl sowohl das Haar als auch die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und schützt. Schön! Arganöl, ich liebe es. Das mag ich echt und vertrage ich gut. Ich denke, ich werde es als Gesichtsöl nutzen. Denke ich. Das nächste, bin ich ganz gespannt, das kenne ich noch nicht, die Marke. Also Le Maison des Sultans war schon dabei mit Gesichtseifen. Das ist die Satwa. Satwa, seht ihr es? Ein Neem à la Vera Shampoo für 12,90 Franken. Dieses nach ayurvedischem Rezept formulierte Shampoo mit Neem und Aloe Vera ist perfekt für den täglichen Gebrauch geeignet. Es reinigt das Haar sanft, entfernt überschüssigen Talg, fördert das Haarwachstum, verleiht ein frisches Gefühl und beruhigt die Kopfhaut. Jetzt möchte ich das öffnen. Ich denke, es wird nicht nach großartig was duften. Ich denke nicht, aber vielleicht täusche ich mich auch. Weil ich nehme mich nicht, was Neem ist. Und Aloe Vera habe ich manchmal das Gefühl, das riecht man nicht so besonders. Muss ich aber auch gestehen, ich bin erkältet. Vielleicht rieche ich auch nichts. Ne, ich rieche jetzt gerade nur den Plastik von außen gefühlt. Aber schön, guckt mal mit dem Grün und das Design. Schön. Nächste Schätzelein ist, lasst mich schauen, auch von Satwa. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Satwa, Satwa, Satwa. Ich muss nachher schauen, ob ich mir nämlich doch noch was hinkriege. Eine Haarcreme für 14.90 Franken. Okay. Danke Ihren einzigartigen Formen bekämpft diese Creme mit wirksam gegen Haarausfall. Wenn Sie die Creme vor dem Schlafengehen auftragen, wirkt sie über Nacht. Während der Nacht wird die Kopfhaut tiefergehend nähernd, die Haarverleger stärker und Haarausfall zu verhindern. Und auch das Wachstum zu beschleunigen. Okay. Am besten über Nacht auftragen und am nächsten Morgen ausspülen. Würde das hier, nee, natürlich nicht auf Deutsch stehen. Das heisst, ich muss mir eine Notiz machen, sonst weiss ich nicht mehr, was das ist. Schön, schon zwei Produkte. Oh, dann was von Peace. Ein Lippie. Peace kenne ich schon, aber aus der Goodiebox, genau. Mathologie Lippenstift Peace. Der Mathologie Lippenstift garantiert einen langanhaltigen, mattes Finish, ohne den Lippen Feuchtigkeit zu entziehen. Und verleiht einen glättenden Effekt. 23.90 Franken und es ist die Farbe 103 total nude. Möchte ich den auspacken, aber es will sich nicht auspacken lassen, Leute. So, jetzt. Ein bisschen jummere. Jummere. Okay. Gerade. Oh. Oh. Soll ich den auf meinen Lippen auftragen? Habe ich was zum Wegwischen? Nö. Ja. Oh. Ihr müsst mir vertrauen, das sieht schön aus. Riecht nach nichts. Schön. Oh, der hat so einen Magnet. Gut. Dunkel Thinking. Und das Nächste ist von Mayel. Find ich auch so eine tolle Marke. Duftet immer sehr gut. Und zwar ist es eine Kohlegesichtsmaske. Super. für 19 Franken 90. Diese Gesichtsmaske mit Aktivkohle entgiftet die Haut mit Hilfe von Bio-Pflanzenkohle, die ideal ist, um Unreinheiten zu bekämpfen, ohne die Haut auszutrocknen. Ja. Es ist noch Lorbeeröl, Tonerde, Kamillenblütenwasser und so weiter drin. Schön! Das ist heute eine richtig schöne Box. Und das letzte ist, das hatten wir, glaube ich, schon mal, ein Detox-Tee, Bio-Detox-Tee von Eric Favre, 6 Franken 90. Genau. Was heisst Detox? Es hat drei Wirkungen, Ausscheidung, Drainage und Entgiftung. Ja, mit Zitrone. Cool! Cool! So, Handy zur Seite, was soll ich sagen? Echt, 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 echt. Ganz ehrlich, mir hat die Box sehr gefallen wieder. Zwei Haarprodukte von derselben Reihe, eins gegen Haarausfall sogar, verspricht es, und ein sanftes Shampoo für die tägliche Haarwäsche. Hallo? Ich wasche meine Haare täglich. Das muss bleiben. Ein Gesichtsöl oder Haaröl oder Körperöl oder weiss nicht was Öl ist auch okay, gerade jetzt in der Winterzeit. Es ist einfach jedes Mal gefühlt in der Box irgendein Öl mit darin. Muss nicht sein. Der Lippenstift so gesehen gefällt er mir sehr gut. Der darf natürlich bleiben. Gesichtsmaske mit Aktivkohle die nicht austrocknet. Ich habe unreine Haut also Mischhaut und super! Und Tee geht immer. Tee geht echt immer. Deshalb Topio Box super Inhalte mir gefällt es. Ja! Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute alles Liebe und ganz einfach Tschüss!